So meine Freunde, Willkommen zu einem neuen Parfaits Play Pokémon Show, ich hoffe euch gehts richtig gut, denn wir gehts echt gut, meine Freunde, heute gehts weiter hier, ich will so schwamm, meine Freunde, ja, ich hab grad ein bisschen schlafen und Sachen gemacht, aber egal, jetzt gehts weiter hier, ja, sowohl sein, Sasak, oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß noch nicht mehr, wie lange der Party sein wird, aber wir gucken mal, heute machen wir weiter hier, ich bin sehr gespannt, ja, ja, so muss es jetzt einfach, ne, so muss es einfach, genau, würd ich auch sagen, Sasak, Dankeschön. So, jetzt wirds geil hier, ich muss nicht mehr was machen meine Freunde, ich bin gleich wie ihr euch da, also bis gleich mal nicht schön, ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr was machen, ich muss nämlich eben was machen und danach kann ich auch viel was mit euch zu machen, das ist nämlich hier, was ich euch eben sagen und auch Zeitmusik, bis gleich, und schön, vielen Dank. so wenn ich wieder ja es war es so war es einfach meine freunde so war es einfach dann machen wir weiter mit real leben so lange ist meine freunde egal ist erstmal viel spaß hier heute möchte habe ich auch mal ein liebiges erkunden hier in dieser klosse die stadt hier genau so muss es gut kurz kunstin und herr am ende zählt er nur weil er nicht gefällt genau richtig hast eigentlich recht genau okay und hier ist klavottenchef kommen wir gehen mal etwas shoppen ich hab ja bock auf ein bisschen shoppen kommen das wäre echt geil denke ich mal oder ja es wäre echt geil kommen die shoppen gehen hier dann bin ich auch wieder gute laune habe ich habe ich wie immer gute laune genau so muss es sein was ich habe für sachen hier ich habe mir sachen die man auch kaufen kann er muss sein das ist echt geil oder ich weiß gar nicht was soll ich eigentlich für eine zwei drei auszahlen kaufen oder soll ich überhaupt noch auf gekauft ist gute frage na also könnt ihr auch mal sagen scheitern meine freunde ob ihr auch dafür seid dass ich mir das auskaufen soll oder ob ich das gleich anziehen lassen soll ich weiß gar nicht meine freunde ich weiß gar nicht guck mal also dass wir das auskaufen sollen Vielen Dank. Ja, ich hoffe, euch geht auch ganz gut. Okay, jetzt weiter. Jetzt kann ich weitermachen mit euch zusammen. Jetzt kann ich weitermachen mit euch zusammen. Ich hoffe, euch geht gut. Sorry, 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 sorry. Ich bin tolle Leid, meine Freunde. Aber egal, ich kann auch sagen, bis meine Freunde jetzt hier auch aussaßen. Also, wir machen jetzt weiter, meine Freunde. Wir machen jetzt weiter, aber ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Oder was ich auch überhaupt für einen Show auch anziehen soll. Ich weiß gar nicht. Oh, Mensch, ey. Oh, Gott. Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir jetzt hier einfach... Oder wir kaufen uns einfach was anderes. Genau. Aber es geht, glaube ich, gar nicht. Doch, es geht hier. Das ist ein okayer Preis für mich. Rucksack, ja, Rucksack ist okay. Soll ich jetzt eine Cabit kaufen? Das ist geil hier, so ein Hut, oder? So ein Hut ist echt geil, doch. Komm, ich glaube, ich kaufe den... Ich glaube, ich kaufe den Angela-Hut, den Blau. Das ist echt geil. Komm, wir kaufen wir einfach. Komm, da habe ich einfach erstmal gegönnt. Ja, so muss es sein. Zack. Okay, komm, reicht erst mal. Reicht erst mal hier. Genau, wir enden erst mal. Oh, ich hätte hier dieses... Hügelchen sie angetogt. Ach, zack. Mach's gut, ne? Schieb's. So, alles klar, danke schön. Oh, Gott, das spielt einfach so gut, ne? Das spielt einfach so gut, meine Freunde. Es macht einfach so doll Spaß. Ich habe einfach so gute Laune, meine schönen Freunde. Ich habe einfach so gute Laune, meine Freunde. So muss es sein. Zack. Sehr nice. Ich freue mich sehr. Komm, und da, Kurt da oben. Der Tor ist einfach auch so schön hochgebaust worden. Das haben wir echt toll gemacht. Ich bin echt frieden damit, meine Freunde. Um jetzt einfach hier hinbekommen und einfach so cool. Das ist auch einfach so zu machen, genau. Zack. Gebe ich eben mal hier rein. Dann kurz einfach mal hier ein bisschen um. Und vielleicht gibt es auch hier ein paar Däms. Komm, ich gucke mal rein. Habe ich eigentlich über das letzte Mal schon ein bisschen auch gut, ob ich hier ein paar Däms kaufen möchte. Ist eine gute Frage, meine Freunde. Ob ich hier ein paar Däms kaufen vielleicht auch möchte. Gutes Frage. Sehr last gemacht, klar, last gemacht. Dankeschön. Ich glaube, vielen Dank. Sehr schön, Frau Wissler. Okay, sehr gut gemacht. Okay, cool gemacht. Aber ich würde sagen, kann ich hier aber nächstes Mal machen. Ich liebe übrigens die Musik, die ist einfach geil. Die ist einfach geil. So, wie geht es eigentlich dir, mein Freund? Wie geht es denn, wenn ich war anders? Ich bin so klein, um mal allein durch die Natur zu laufen zu dürfen. Ach, egal. Ich weiß ja, ich weiß ja. Ist alles in Ordnung. Ich bin auch ein kleines Kind, ist einfach kein Problem. Ich war früher auch mal ein kleines Kind. Ich war früher auch ein kleines Kind, deswegen ist es auch kein Problem. Also, ich lege den Mikroslam und ich trainiere sie, weil ich einfach so Lust drauf habe. Ja, verstehe ich. Verstehe ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall. Ja, um Schlusspunkt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, weil letztes Mal bei Pokémon Schilder läuft. Vielen Dank, dass es einen tollen Part hier gehabt hat. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.